ja und wie immer auf dem land wenn irgendwelche scheuntüren aufgehen steht oldtimer drin ok war ein spaß er steht ja schon lange wir wissen es auch schon länger also von daher ja moin zusammen das ist ein golf 4 sparmodell wahnsinnig verbrauchsgünstig kein motor drin wenn kein motor drin ist verbraucht auch nichts also der motor ist hier schon mal komplett raus dann können wir hier mal direkt anfangen mit den üblichen stellen schauen was kaputt ist was nicht kaputt ist hier ist der klimakompressor der ist aufgehängt nein das war nicht der wellendichtring das war wasser aus dem motor raus gehüpft ist das ganze findet hier bei oliver statt weil der hat eine schöne bühne und er ist relativ schnell bei sowas da können wir gleich mal entrosten in der fahrschemel ein bisschen entrosten wenn man alles draußen hat dann geht es natürlich wesentlich leichter hier vorne ja das fängt an es wird aber auch nicht aufhören also von daher rostschutz kann man machen antriebswellen die scheinbar neu gekommen zu sein die da unten ist noch alt sieht aber so nicht als so schlecht aus denke ich mal schauen wir uns mal den motor so haben wir dann hat sich dem allgemeinen richtig gut gepflegt aus vom zahnriemen her also das mit den vor zwei jahren mit rechnung das könnte meine tonne treten dafür könnte vergessen das hat nicht stattgefunden ja wie gesagt hier ist noch ein bisschen was rausgelaufen ist klar das ist auch ein motor kran kupplung sonst mal entscheiden ob wir das ob wir das ding mit übernehmen die kupplung an einem anderen motor ist auch nicht wahnsinnig alt also von daher sollte nicht viel passieren agr ventil ist etwas andere bauweise aber vw ändert ja gerne mal mitten in der serie irgendwas das ist der klopf sensor der das zündung klingeln überwacht und die zündung dementsprechend anpasst das ist die berühmte heizung jetzt die kurbel gehäuse entlüftung die in dem fall beheizt ist wie gesagt letzte ausbaustufe vom 14 16 v zylinder kopf es kann mich irren aber hier und da scheint ja mal ein bisschen rausgesifft zu haben der scheint aber auch mal eine neue dichtung gekriegt zu haben hier seht ihr das dichtmittel da oben jetzt können wir hier auch reingucken hier sehen wir schon mal ein krummes ventil hier sehen wir zwei krumme ventile die gehen eigentlich noch naja gut der teller und mit wahrscheinlich krumm sein ja mit der mutter weniger aus gründen das einzige was jetzt übernehmen müssen ist das hier diesen aggregateträger den hat der andere anders weil kein klima aber unten sitzt die klima mit dran da unten wäre das praktisch nicht mehr da also hier fehlt das ganze stück aber ist ja kein ding ist ja geschraubt von daher ja wasserpumpe war auch schon schweinemäßig undicht wie man hier sieht das pinke da unten das ist das kühlmittel was daraus gesichtet also von daher vor zwei jahren mit rechnung nein vor zwei jahren hat andere rechnung geschrieben das ist richtig ja wenn wir sehen wie es weitergeht ja bei der gelegenheit werden wir auch die das werkzeug nicht vergessen ich habe jetzt mal den schraubstock auseinander genommen uraltes teil und wir nun ist das ganz einfach jetzt ist die schnecke doch vor jetzt funktioniert er muss man festhalten ein bisschen anheben dann bewegt er sich irgendwann nicht mehr muss auch ab und zu mal gemacht werden wenn er nicht nur ein auto schrauben wir müssen ab und zu auch mal gucken was der blöde hier funktioniert und der klemmt ab und zu mal von daher darf er jetzt auch mal rein sauber gemacht werden mal eben bremsen einiger besorgen mit Musik Musik Hat der eigentlich schon mal von jemandem gehört, der sich einen Schraubstock nur gekauft hat? Musik Habe ich mal von jemandem gehört? Sein Alter wäre kaputt. Auch die Größe. Das ordne ich irgendwo Richtung. Mein Amboss ist kaputt. Habe ich persönlich noch nicht gesehen, dass so ein Ding kaputt geht. Aber ok. Das ist ein Ding. 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 Jetzt klemmt er auch nicht mehr. Jetzt haben wir ein großes Problem. Hier sehen wir den Golf. So und VW hat es geschafft mitten in der Serie etwas völlig anderes zusammen zu bauen. Das ist der gleiche Motor. Aber irgendwie ist da was irgendwas anderes. Jetzt heißt es entweder verzweifelt neuen Motor kaufen. Oder er ist der gleiche Motor. Exakt der gleiche. Und jetzt heißt es ganz schlicht und ergreifend. Wir gucken uns die Kolben an. Der Zillenkopf runter. Zillenkopf durchtauschen. Weil wir brauchen offensichtlich den Block. Ich habe auch gerade nachgeguckt. Wir kriegen keinen anderen Motor. Diesen Motor mit dem Kennbuchstaben scheint es offensichtlich in zwei Evolutionsstufen zu geben. Auch wieder mal. Das Getriebe schraubt man also ins Leere. Zu deutsch ja. Jetzt wird es lustig. Ohne Worte. Mal gucken wie die Kolben aussehen. Wenn die Kolben eigenermaßen in Ordnung sind. Ansonsten müssen wir die Kolben aus dem anderen rausziehen. Wir werden sehen. Kompressor alle? Verdammt. Das Ding hat doch schon so einen riesen Tank. Ja ist prähistorisch. Aber er hat einen riesen Tank. Ja ist prähistorisch. Ja ist vor allen Dingen besser als meiner. Meiner ist zu klein. Ja ist vor allen Dingen besser als meiner. Meiner ist zu klein. Ja der hat überhaupt keine Energie für irgendwelche Werkzeuge. Ich habe auch einen Schlagschrauber mit Druckluft. Das Ding kann gar nichts. Ich habe auch hier so eine Fräse. Ich habe auch so eine Fräse. zur Nahtbearbeitung. Bei zweitens. Stammt der nicht. Stammt der nicht zu klein. Der掉 damit geht… Ich nehme ihn mal mit. Oh ja, die Ventile sind krumm, ja die sind mal schön krumm, alter Schwede. Ja, ok, über die Ventile brauchen wir jetzt nicht mehr reden. Die Frage ist jetzt, was haben die Kolben abgekriegt? Die Kerben da oben gehören so, da da aufgesetzt. Rotierende Drahtbürste, das ist sowas. Schauen wir uns mal die Zylinder an. Ok, kenne ich besser, aber naja, ist Ölkohle drin. Entscheidend ist jetzt, ist irgendwas abgebrochen und irgendwas in Zylinder geflogen. Sieht eigentlich gut aus. Hier oben hat er ein paar Fressspuren. Naja, nicht Fressspuren, Laufspuren. Ich mach mal eben die Kolben sauber, dann sehen wir es gleich wieder. Ok, die Kolben sind jetzt sauber. Auslassventil, hier ist der Ölfilter, ergo die Seite ist Auslass. Auslassventil aufgeschlagen, hier auch. Motor lässt sich einwandfrei drehen. Auch hier Auslassventil. Einlassventil ist unauffällig. Hier ist auch nicht so schlimm. Ordentlicher Hit. Ja. Auslassventil definitiv. Hat sich mal kurz vorgestellt. Aber die Kolben sind in Ordnung. Ganz im Gegensatz zum Endoskop, was ich da gesehen habe, sind diese Kanten hier, diese hier, offensichtlich überall und absichtlich da drin. Da habe ich erst geahnt, dass es kaputt wäre. So, hier sehen wir jetzt die Auslassventile. Krumm wie so. Auch richtig krumm. Ordentlich krumm. Und zweimal Einlassventil auch krumm. Ja, Ventile und ein anderer Kopf. Das ist jetzt die Frage. Mal durchgucken, was wir so rankriegen. Ja, und wie immer auf dem Land, wenn irgendwelche Scheunentüren aufgehen, steht Oldtimer drin. Okay, war ein Spaß. Der steht ja schon lange. Wir wissen es auch schon länger. Also von daher. Ja. Mal gespannt, wann derjenige mal was damit macht. So ein Auto wird ja jetzt auch nicht besser. Tja, ich hätte ihn ja gerne. Soll man mit dem guten Mann sprechen. Weil so langsam, denke ich mal, hat er seine Zeit hinter sich, wo er rumvegetiert. Ein schönes Cabrio. Ja. Bin gespannt. Wenn man hier schön sehen kann, bin ich gerade dabei, Ersatzteile zu kaufen. Zu bestellen. Und jetzt, siehe da, es gibt im Golf, im Baujahr 2003, zwei verschiedene BCA-Motoren. So, und das musst du jetzt mal, ne? Wattenblödsinn. Das kann VW so gut. Ich weiß nicht, Leute, die selber schrauben und VWs schrauben, wie viele Bremssysteme beim T4 gibt es? Nur mal so als Ansatzpunkt. Es gibt offensichtlich zwei verschiedene BCA-Motoren. Dieser Zylinderkopf hier. Ich bin jetzt mal Zylinderköpfen. Kann ich mal zeigen, ne? Die gibt es neu. 551 Euro im Verkauf. Ja. Ich muss jetzt gucken, was auf dem Block drauf passt. Also ich habe einen BCA-Motor, dessen Block anders ist. Ich habe einen BCA und hier ist nochmal ein BCA. Und dieser passt auf beide BCAs. Das ist gut. Ne? Das... Ja. Hier Zylinderkopf für... AHW, AKQ, AHW und AKQ. Gibt es auch zwei verschiedene. Ja, gibt es auch noch. Auch hier 551 Euro. Es geht jetzt erstmal um das, was passt. Ne? Jetzt gehe ich hier auf die Nummer. Verknüpfte Fahrzeuge. VW. Yopo, Polo, New Beetle, Golf Plus. In Golf Plus haben sie das Ding eingebaut, alter Schwede. Ja. Die Firma Meier-Motoren macht das übrigens, ne? Das sind überholte Motoren. Die sind quasi in Wurfweite von hier. Könnt ihr euch mal erkundigen. Die bauen auch Oldtimer-Motoren nach. Ja, die sind durchaus kompetent. Da ist auch die Firma Hildebrand-Motoren, wo ich zum Beispiel mal Zylinderköpfe zum Planen wegbringe. Das, äh, ja, das ist die, äh, die ist die Firma. Ist, äh, wenn jetzt jemand kennt in Blekhede. Ne? Auch Landkreis Lüneburg. Sehr zu empfehlen. Gute Firma. Ja, wir haben, ähm, ja, das ist der Rücktest. Golf 4, 1,4 16 V. Ja, wieder das gleiche. Zwei verschiedene Köpfe. Ja, und hier zweimal BCA-Motor. Na, wollen wir mal gucken. Ob wir eventuell auch was zum Thema Motor finden. Motor. Zylinderkopf. Anbauteile. Motorsteuerung. Elektrik. Aufhängung. Motorunterfahrschutz. Und so weiter. Kurbelgehäuse. Komplett und Teilmotor. Hier ist auch was. Und das ist Teilmotor. Ja, es gibt zweimal BCA. Hier, seht ihr das hier? Das fehlt bei dem Motor, den wir haben. Und das haben die mittendrin geändert. Ja, das ist der eine. Ja, sehen beide gleich aus. Sind aber ein Stückchen schmaler. Ja, die Seite brauche ich eigentlich. Okay. Merken wir uns. Ja, das sieht ein bisschen anders aus, ne? Ich erkenne wirklich keinen Unterschied. Sie sind minimal anders. Hammer. Das hier ist ein bisschen ausgeprägter. Zylinderkopfdichtung. Ja, und die passt wieder auf allen Motoren. Das kannst du keinem erklären. So, dann für eine. Drauf ist eine Metalllagendichtung. Ist auch eine. Dann kaufen wir diese wunderschöne Dichtung mal. Metalllagendichtung mit Ventilstoffdichtung. Die brauchen wir nicht. Die nehmen wir nicht raus. Der andere Motor. Den habe ich Probe gefahren. Und jetzt nochmal ganz wichtig. Keine Motoren kaufen, die irgendwo auf Halle liegen. Kauft lieber ein Schlachtfahrzeug. Damit ihr den Motor noch ein paar Meter fahren könnt. Das macht sonst keinen Sinn. So, das haben wir jetzt drin im Einkaufskorb. Jetzt brauche ich Schrauben. Die kommen natürlich erst ein bisschen später. Jupp, das nutze. Der Kater ist zu Hause. Jetzt nehmen wir uns den Riementrieb vor. Zahnriemsatz. Wasserpumpe und Zahnriemen. Oh Gott, jetzt geht das los. Bis 12.03. Bis 9.03. Oh Gott. Mal gucken, ob da irgendwo was zu erkennen ist. Ah, hier fehlt dieser Hebel. Und zwar der hier. Ich sage ja, mein Ersatzteil muss man so tierisch aufpassen, was man da kauft. Also diese Umlenkrolle hier oben, dieser Hebel. ist bei den beiden Motoren, die wir jetzt da haben, komplett am rasseln. Wasserpumpe, wie gesagt, steinalt bei dem Motor aus dem Golf. Da ist überall alles voller Kristalle. Da ist überall alles voller Kristalle. Das ist Kontinental, BCA Motor. Was wiederum nicht sein kann, weil hier fehlt schon diese Rolle. Also höllisch aufpassen. BCA bis Fahrgestellnummer. Also haben wir bis Fahrgestellnummer. Hier ist nämlich der Arm. Der hier. Dieses wundervolle Gerät. Gibt zwei verschiedene Zahnriegensätze. Hier unten ist nämlich die Beschreibung etwas dürftig. Mit. Ohne. Bis 903. Mit Arm. Zweimal. Zweimal Spannrolle, eine Umlenkrolle, eine Wasserpumpe. Ja, der ist das. Schwierige Angelegenheit. Wenn man jetzt zum Beispiel den hier kaufen würde, fehlt die Rolle. Weil von der Zahnanzahl 130, Breite 17, Breite 22, Zähnezahl 258. Haben sie alle. Wir brauchen halt dieses blöde Ding da. Diesen Arm. Also haben wir ein Auto bis 903. Da hatten wir ja schon festgestellt an den Scheiben, dass das Ding 2002er und 2003er Scheiben drin hatte. Also quasi ein Übergangsmodell. Früh im Jahr 2003. Gefertigt. Also ist das unser Zahnriegensatz hier. Und kaufen. Ja. Ich denke, damit haben wir das. So. Und damit komme ich auch zum Ende. Mehr als Computermonitor ist heute nicht mehr. Tja. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns Donnerstag wieder, denke ich. Wenn ich es schaffe. Ist noch nicht ganz sicher, ob Donnerstag ein Video kommt. Ist gerade etwas kompliziert. Weil wir weg müssen. Ja Kater, alles gut. Oh Gott. Ja. Weil wir weg müssen. Ein Auto transportieren. Deshalb weiß ich nicht, ob das alles so reibungslos funktioniert. Ja ist doch gut. Komischer Kater. Ja. Geld verdienen geht vor. Ganz schlicht und ergreifend. So viel verdiene ich mit YouTube auch wieder nicht. Oder mit Amazon. Mit den Käufen von euch. Keine Beschwerde. Es soll ja auch kein Job sein. Aber wir müssen ein Auto transportieren. Und im Moment ist es schwierig offensichtlich jemanden zu kriegen, der unter 300 Euro die Stunde fürs Abschleppen nimmt. Kein Scherz. 300 Euro die Stunde. Ja. Wir machen uns ein bisschen billiger. Weil wir die Menschen kennen. Also von daher. Gut. Dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.